Hallo Freunde der schlongsten YouTube-Unterhaltung. Da sind wir wieder zu Sekt oder Seltas mit Thomas und mir, dem Arne. Nehmen wir ein Beispiel mit etwas Bokeh-MMO. Wenn ihr die letzte Folge gesehen, gehört habt, äh... Geschmeckt, gerochen, geschmeckt, gerochen... Habt ihr es gefühlt? Tief in euch drinnen. Dann wisst ihr wahrscheinlich, worum es geht. Und zwar haben wir einfach mal da das Gameplay... Verstehen, was sie fühlen. Er kommt nicht wieder runter. Das ist unglaublich. Da das Gameplay nicht viel hergegeben hat, haben wir uns einfach für eine... Ja, ich war es eher spontan... Ich blinke immer noch rot in meinen Kopf. Spontan für eine Runde Sekt oder Seltas entschieden. Wer das nicht kennt... Thomas, lässt du mich das jetzt einfach mal erzählen? Ja. Ich will die Zuschauer nur zu animieren, zu fühlen. Fühlt es, Leute! Ja. Fühlt den Poketrainer in euch, tief drin. Vielleicht geht es ihnen dadurch besser. Man weiß es nicht. Nein, auf jeden Fall... Wie ich halt finde, ist diese Art, sich diese Fragen zu stellen, immer eine gute Möglichkeit, sich besser kennenzulernen. Ich empfehle dies an dieser Stelle. Wer das erfunden hat, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass wir uns eigentlich auch noch nicht so lange kennen. Das stimmt. Ich habe letztes Mal, ohne Scheiß, ich habe letztes Mal überlegt, wann wir das erste Mal zusammen geskypt haben. Da hat Hauke dich, glaube ich, in der Konferenz, weil du kennst Hauke ja vorher schon, ich glaube, durch Tim, ne? Genau. Eine Konferenz hinzugefügt und da haben wir das erste Mal miteinander kommuniziert quasi. Und dann, ja, dann zockt man halt zusammen und dann überlegt man sich, man macht einen YouTube-Kanal und dann denkt man sich, ey, wir zocken ständig zusammen und haben einen YouTube-Kanal, warum wir es nicht mal treffen? Und haben das dann auch gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie lange das schon her ist. Ihr habt das voll verpimmelt. Also ich habe Hauke auch erst nach, ich glaube, über einem Jahr das allererste Mal gesehen. Ja. Aber wir haben halt auch ständig geskypt. Fast wirklich. Also damit an alle Kritiker, dass man über soziale Netzwerke beziehungsweise über Computerspiele, sind sie ja im Endeffekt, keine Freunde beziehungsweise nette Bekannte finden kann. Es stimmt nicht. Es geht. Die Schlångs sind ein gutes Beispiel dafür. Also sagen wir mal so, man findet auf jeden Fall Bekannte. Ja, aber man weiß ja nicht, was sich daraus entwickelt, ne? Ich werde dich nicht heiraten. Wo wir wieder bei Sex oder Selters werden, Mann oder Frau? Für was jetzt? Ja, heiraten? Nein, heiraten werden wir nicht. Das glaube ich auch nicht. Schade. Obwohl ich möchte mich nicht komplett verschließen. Vielleicht geht es ja irgendwie mal, werden wir von Außerirdischen angegriffen oder so und es bleibt uns nichts anderes übrig. Um die Welt zu retten oder so, müssen wir halt heiraten. Weil die da irgendwie draufstehen oder so, keine Ahnung. Ja, das könnte es sein. Ja, dann würde ich es auch machen. Oder aber dann, was ist, wenn die sagen, ihr müsst auch etwas füreinander fühlen? Ja, tue ich doch. Ich fühle doch was für dich. Und was fühlen die Zuschauer? Thomas, wie ich mich recht dran entsinne, bist du übrigens dran mit Fragen. Okay. Bier? Oh, scheiße, ich habe gerade eine Frage. Ja, du kannst ja gleich stellen. Bier oder Ananas? Bier oder Ananas? Oh ja. Bier. Oh, wir heiraten wohl doch nicht. Schmeckt doch nicht. Bier ist was ganz Tolles, ist das. Okay. In vielen, vielen Variationen. Ich mag echt viel Bier. Also jetzt nicht, auch viel Bier und viele verschiedene Sorten. Also es gibt ja zum Beispiel, in Norddeutschland trinkt man ja eher so die pilzigen, die etwas herberen Sorten. Wie ein Jever. Fuß. Halt die Fresse. Mag ich gerne und im Süden Deutschlands trinkt man ja eher so Weißbier und Weizen. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Und fliegen. Pilz. Thomas, du bist manchmal, bist du doof. Fühl dir es. Ja. Ja, nee, Bier. Aber wieso stellst du eine Ananas gegenüber von einem Bier? Was soll ich mit der Ananas? Hallo? Hallo, Tolle. Ja, würde ich sagen... Ich muss das Poker Center. Run, run, run. Fahr, fahr, fahr. Nee, sag mal eben was. Wieso Ananas? Ich überhole dich erstmal. Ja, ich glaube, das müsstest du mal in einschlägigen Foren recherchieren. Okay, also ich bleib trotzdem bei Bier. Ich trinke gerne Bier. Ich esse auch gerne Ananas, aber ich trinke lieber Bier, als dass ich Ananas... Ananas auf dem Grill schmeckt geil. Das stimmt. Das wird zwar ein bisschen warm unter dem Hintern, aber... Bier nicht so. Ach ja, okay, jetzt habe ich es. Ich nehme Ananas. Dann merke ich wieder, der Arne, der ist ein ganz netter. Ja, und ich habe eine lange Leitung. Ja, ich verstehe. Kann man nicht... Das ist echt wie ein Wind, wa? Kann man nicht ein Bier mit Ananas zu sich nehmen? Gut, ich glaube, die Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Nee, nee, wir haben noch... Wir haben noch krasse... Eine krasse Viertelstunde haben wir noch. Das heißt, ich finde die guten Nass. Aber nein, ich... Nein, nicht nur. Wir haben natürlich auch viel mit Fühlen. Fühlt ihr das? Fühlt ihr die Ananas? Okay. Aber was ist es, wenn sie Viktoria heißt? Dann darfst du keine Berliner essen. Okay, gut, okay. Oder du bist die Berliner, dann darfst du keine Pfannkuchen, heißt es da, ne? Jemand sagt Pfann- oder Eierkuchen? Ja. Ich mache übrigens... Ich kann übrigens extrem leckere Pfannkuchen, beziehungsweise Eierkuchen machen. Davon mal abgesehen, um jetzt mal auf das Gameplay, was wir gerade betreiben, zurückzukommen, ist, ich finde es gerade extrem stressig, dieses Scheißvieh zu leveln. Ja, ist nicht so... Das ist nicht so prägend. Aufregend. Aufregend für Pokémon? Nein, ich schaue nicht. Ich bin dran, ne? Obwohl, ich bin jetzt schon 19, ein Viertel oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich kriege mal die falschen Gegner und die lassen das immer direkt sterben. Ich habe gegen die Trainer noch gekämpft. Okay, ja. Das ist eingesetzt und dann gleich getauscht und so. Passt du, ne? Ja. Ist dir auch ein Trainer hier? Ich gucke mal. Ich blinke. Ich bin dran, ne? Mhm. Oh, einfach mal eine Frage ans, generell an Gamer und damit auch an dich, äh, Computer oder Konsole? Computer. Okay. Konsolen haben das, meiner Meinung nach, also Gamepads generell, da hat man einfach was in der Hand, ne? Nein. Alter. Nein. Wir nehmen die ganze Nacht jetzt auf. Die ganze nächste Woche, Pokémon, wo es nur solche Folgen wie irgendwie so halbtrunken, eine Nacht zum Rechner sitzt und scheißelabern. Ich kämpfe nebenbei noch gegen einen Retter. Mhm. Poison Stinken. Setz dir einen. Guck mal, ich will meinen Vulpix leveln und krieg als Gegner dieses, was du dir gefangen hast. Also, das Feuer gegen Feuer ist ja Quatsch. Ja, du kannst ja auch eine Normalattacke einsetzen, ne? Ja, ach, ne, komm. Dann mach ich das mit meinem Warthötchen platt und fertig. Ja. Ähm. Ne, bei einer Konsole hat man halt meist weniger Probleme. Man liegt halt, da hat die Konsole, schließt sie ihren Fernseher an, hat ein Gamepad in der Hand und ich finde, da kommt mehr dieses Feeling auf, jetzt einfach nur zu zocken, als am PC. Ja. Weil, also bei mir ist es so, ich arbeite ja auch viel am PC. Aber du hattest doch Computer gesagt, oder nicht? Ja, ja, weil ich, das Feeling bei der Konsole ist besser, aber im Moment ist es so, dass am PC habe ich mehr Möglichkeiten. Ja, was ich zum Beispiel... Ich meinte besser aus. Zum Beispiel ist es ja auch einfach so, dass du bei der Konsole keine Möglichkeiten, also meines Wissens nach, kaum Möglichkeiten hast, irgendwie mit Mods oder sowas zum Beispiel zu arbeiten. Das, das weiß ich wirklich gar nicht. Ich glaube, es ist schwierig. Meine letzte Konsole war eine Playstation 2. Habe ich auch. Und eine Gamecube und manchmal ist es sogar so, dass wir die noch anschließen. Ja. Ich glaube mir, N64. Habe ich auch noch gesteht. Meine erste Konsole war ein Super Nintendo. Ja, hatten wir auch. Geile Datei. Ich bin gespannt auf deine Frage. Aber ich hatte vorher schon ein PC. Weit vorher. Windows 3.1, damit habe ich angefangen. Ohne Scheiß. Mein erstes Spiel, da hat meine Eltern sich ein PC gekauft. Und da war, ich glaube, das hieß sogar Prince of Persia. Ja. Und das war in grünen, dieser grünen-schwarzen Optik. Glaube ich. Ja, war es auch. Und da musstest du durch so komische Dungeons laufen und kämpfen. Das ist, Alter, wenn ich das immer mal wieder finde und das irgendwie zum Laufen kriege, das wäre der Hammer. Das würde ich sogar let's playen ohne Scheiß. Aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt und keine Ahnung, wie man an dieses Spielrand kommt. Da bist du halt echt so ganz simple Level gelaufen in dieser Gameboy-Tetris-Grafik, also dieses schwarz-grün. Und das ging so, das heißt, einen Typen mit einem Schwert und hast da irgendwie gekämpft. Voll witzig. Ja, aber auf jeden Fall, Thomas, du bist wieder dran mit Fragerunde. Okay, Kaffee oder Energy? Ganz klar, Kaffee. Kaffee, ich bin absoluter Kaffee-Fan. Jeglicher Kaffee oder nur? Den, den ich mir in meiner Kaffeemaschine mache. Kaffee. Muss der stark sein? Oder soft? Mit anderen als? Nein, also die Frage ist ja, Energy oder Kaffee und ich sage Kaffee, ne? Aha, okay. Das andere wäre auch zu intim. Ja. Wollen wir hier nicht. So mit Schuss oder Milch oder so? Boah, ey, wie das nicht stirbt, das Drecksding, ey. Mein Bullpix ist so eine Lampe, ey. Ja, Mist, Detect, komm, verpiss dich. Ich verkaufe dich an irgendeinen Kameltreiber. Der verkaufe dich dann wieder. Es gibt hier keinen Kameltreiber. Ja, weiß ich noch nicht. Dann nächste Frage, ne? An dich. Ähm, ist... B. Ja, genau. Ich weiß genau, wie die Frage heißt. Soll ich mich verschlucken? Ich reiß mich zusammen. Würden Sie, äh, Frage an den, äh, Kandidaten. Wenn Sie, wenn Sie, mit wem würden Sie lieber Sex haben? A, mit einer jungen Frau, ne, mit ihrer Frau oder B? Ah, wie ist die Serie noch? Keine Ahnung, aber ich muss dir eine Insekt- oder Seltas-Frage stellen, deswegen zählt das ja nicht. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, wie die Serie heißt. Oh, ich glaube, die ist gar nicht schlecht. Die Serie? Nö, ich fand die ganz cool. Ähm, ich musste nur die beiden rausfinden, die ich zu denen richtig frage. Ähm... Ähm... Drei Minuten Stille. Lass mich doch mal nachdenken. Öffentlich-rechtliche oder privat? Öffentlich-rechtlich. Alles klar, sehr gut. Auf privaten laufen wir es auf Blockbuster mit grandiosen Werbeunterbrechungen. Es gibt auch das Montags-Geno auf ZDF. Da laufen immer richtig gute Filme. Ja, immer richtig gut. Doch, doch, die sind zu... Okay, nicht immer, aber zu einem sehr hohen Prozentsatz sind das gute Filme. Ja, was mir halt auf den Sack geht, RTL 2 und RTL und ProSieben. Ey, Galileo, das war mal eine Wissenssendung. Was die da fabrizieren, ist der letzte Scheiß. Die bringen krasse Wiederholungen. Nein, nicht nur das, die sind wissenschaftlich inkorrekt. Also ich habe mich schon lange damit befasst, zum Glück. Ja, ich habe da mal reingesappt. Ich gucke mir das fünf Minuten an und denke mir, ihr seid bescheuert. Weißt du, das verkaufen die im breiten Publikum. Viele glauben das, was die da erzählen, ja? Weil es ist ja eine Wissenssendung. Und es ist der letzte Scheiß, was die erzählen. Das ist unglaublich. Weißt du, da habe ich mal... Wollten die wissen, was ist ein PS? Ja? Ja. So, und was nimmt man natürlich... Das heißt ja Pferdestecke, also nimmt man ein Pferd. Ja? Mhm. So. Und dann wollten die wissen, ob jetzt... Oh, gegen Zwillinge kämpfe ich gerade, Basil. Mein, mein Ding... Was, den kennst du nicht? Das ist übrigens schon Level... Basil. Ne, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Ding aussieht. Du kennst nicht Zwillinge, Basil? Ne, sag mir gerade nichts. Ich lade dich jetzt offiziell zu einem Filmabend mit mir ein. Mit Trinken und Basil. Boah, wie du das nicht kennst. Dann helft mir doch mal so einigermaßen auf die Sprünge. Ne, das kriegst du so von Latz. Ey, wo war ich denn jetzt gerade vorher? Ah, zu Hause. Ja, ich meine jetzt bei der Frage. Ich kann jetzt gerade nicht zurückspulen. Tut mir leid, ich hab dir auch gar nicht zugehört. Was? Ich kämpfe gegen zwei, was muss ich machen? Du? Ist sie kaputt? Wo war... Alter, wo war ich denn gerade? Erzähl mir doch mal weiter. Mal ganz ehrlich. Was hab ich dich gerade gefragt? Es ist schon früh. Also spät. Beides. Okay, dann bekommst du... Also wenn du Zwillinge, Basil nicht kennst, dann zeige ich dir das demnächst mal. Okay. Jetzt muss ich hier Alakazam macht Zibim bei Dings. Von mir aus. Ihr werdet jetzt sowieso sterben, siehst du? Aber ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wo du warst. Ich hab... Alter. Ich musste nachdenken wegen Basil. Und dann dachte ich die ganze Zeit an Bagel. Und dass ich keine Bagel mag. Ich hab noch nie einen Bagel gegessen. Sei froh. Also ja gut, viele mögen es. Wirklich viele. Das ist nicht mein Fall. Okay, ich brauch jetzt eine Sekt- oder Seltas-Frage für mein Lieben, Thomas. Ball oder Motorsport? Ball. Okay, du bist wieder dran. Solange es kein Fußball ist. Ja, es sind ja ganz allgemeine generelle Fragen. Und die kann man so beantworten. Wie man halt sich das für sich fühlt. Süß-sauer oder scharf? Boah, das ist schwer. Boah, eher scharf. Ich esse eher lieber gern scharf. Doch, doch scharf. Ja. Sommer oder Winter? Ich glaub, das ist auch ganz interessant, oder? Sommer. Okay. Okay. Ja, das können wir noch mal genauer nachfragen, ne? Hund oder Katze? Du weißt ja, wo genau. Das kannst du selber beantworten. Natürlich der Hund. Naja, aber manche Leute haben ja auch nur einen Hund, weil sie gerne ein Haustier hätten. Und nicht mit Katzen können, aufgrund von Allergien zum Beispiel. Ja, also ich definitiv zu 100% Hund. Ich hab ja auch einen Hund. Ist aber ein Hund. Den kennst du ja auch. Mhm. Ein großer Hund. Ein gefährlicher Hund. Groß ist der. Nee, so groß ist der war nicht. Wie so ein Hund halt sein sollte, ne? Ja, also nicht so ein Elefantentampon. Nee. Aber das ist auch mal interessant. Doch, stimmt. Das ist nicht so ein kleiner Hund, den man Teddy nennt. Nee, er heißt Hank mit E. Mhm. Ähm, okay, dann bin ich wieder dran. Boah, langsam wird's. Doch, man fällt immer wieder was ein. Ähm. Landstraße oder Autobahn? Autobahn. Also ist bei dir nicht der Weg, das Ziel. Wie bitte? Also ist, also meine Interpretation, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne, wie dich zum Beispiel jetzt besser kennenlerne. Mhm. Und meine, meine Intention hinter der Frage, ob du, äh, Land oder, also Landstraße oder die Autobahn präferierst für einfach, ob's dir um den Weg geht oder um's dir darum geht, ans Ziel zu kommen. Deswegen würde ich so eine Frage stellen. So. Also bei dir heißt es, du willst ans Ziel kommen und nicht unterwegs dir alles mögliche angucken und die Landschaft genießen zum Beispiel. Nee, ich weiß nur, was ich mir angucken möchte. Ja, genau. Okay. Also bist du eher zielgerichtet als statt eines Träumers. Träumers. Ja, das wäre so, dass... Ich bin kein Romantiker. Okay. Was, äh, das angeht. Ja, 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 ja. Du bist wieder dran. Die Folge ist auch gleich wieder rum. Ach, ist ja doof. Äh, nehmen wir einfach die nächste auf. Aber ich kann dir noch eine Frage stellen. Ja, das darfst du auch. Was finde ich jetzt sehr wichtig? MP3? Ich sag mal 300... Ähm, 128. Oder 48.000. Hä? Ja. Nee, also Radio, MP3 oder High Fidelity? Sagen wir es mal so. Also eigentlich, ähm, geht es bei mir immer nicht um die... Ich glaube, du willst gerade auf die Qualität von der Musik, die ich mir anhöre, raus. Richtig? Es ist nicht nur die Qualität, würde ich sagen. Also wie sie es anhört. Weil ich würde sagen, dass das Musik auch ein Gefühl ausdrückt. Du musst das jetzt für mich noch ein bisschen fachlich aufdröseln, damit ich dir die Frage auch wirklich ehrlich und richtig beantworten kann. Also es geht natürlich in erster Linie um die Qualität. Okay. Viele Leute sagen sich halt, äh, was bringt mir denn irgendwie eine CD? Wenn ich das als MP3 haben kann, das ist doch digital und viel cooler und so. Dann habe ich so kleine Boxen und wenn ich mehr Bass will, dann mache ich die Qualität noch schlechter. Sodass ich noch viel geileren Bass habe und so. Also da gibt es leider auch viel zu viele Videos auf YouTube, die da rumschwirren. Also dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Musik habe, die ich richtig, richtig gerne höre, ne? Wo ich echt sage, das ist so ein Lied oder ein Song oder ein Künstler, der Musik macht und die ich richtig gerne höre. Dann möchte ich die auch in einer hohen Qualität. Also halt sprich nicht MP3, sondern was war die zweite Option nochmal? CD, habe ich gesagt. Ja, also CD, ja. Obwohl das nicht 48, sondern 44,1. Ja, also das wäre meine Wahl. Alter, alter, dann wirklich nur bei Sachen, wenn ich einfach nur so ein bisschen Gedudel höre nebenbei jetzt halt. Wenn ich jetzt zum Beispiel am PC sitze und keine Ahnung Videos schneide oder was, dann sage ich mir, komm, Schiss der Hund droppt, dann mache ich halt mein Musikspielprogramm. In dem Fall ist es iTunes an und hören wir das anders als MP3s. Aber manchmal habe ich halt Lieder, also wo ich wirklich, wenn ich bewusst Musik hören will, wo es um die Musik geht, dann möchte ich auch die Qualität haben und dann würde ich zur CD greifen. Ja. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch diese High-Feed-CDs, ne? Das weiß ich gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon ewig keine CD mehr gekauft. Dann habe ich mir die geliehen. Oder Vinyl. Ich habe mal eine Facharbeit über High-Fidelity geschrieben. Ja. Und das ist das Thema. In der Facharbeit kann man die Themen ja auch nur ankratzen eigentlich. Ja. Es sind 13 Seiten, eigentlich kann man sagen, es sind nur 8, maximal 8 Seiten. Facharbeit mit 13 Seiten, was ist das? Das ist doch keine Facharbeit. In der Schule. Ach so, in der Schule. Ach so, okay. Ich bin übrigens soweit, dass wir die Folge beenden können. Ja, bei mir auch. Ja. Dann, ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Äh, wie gesagt, das Gameplay ist im Moment ein bisschen nebensächlich bei uns. Wir leveln halt gerade irgendwie unsere Pokémon. Und wollten einfach mal so ein bisschen, äh, ja, uns uns gegenseitig vorstellen und uns euch vorstellen. Und, ähm, ich denke mal, das wird in der nächsten Folge nicht viel anders sein. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schlaft gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.